Hallöchen zusammen, jetzt willkommen zurück zu Let's Play X4. Letzte Runde, was haben wir angefangen? Ja, wir haben ja angefangen mit Familie Crit quasi X4 auszulagen und das wäre wundervoll jetzt durchziehen. Da kann ich jetzt nix, das zieh mal durch, das passt dann schon soweit. Müsste man eigentlich alles hinbekommen ohne Probleme. Ah, du da oben bist du noch beschäftigt, jepp. Deine Aufgabe ist gerade immer noch, Leute zu retten. Okay, lass mich mal dabei. Drei Millionen, das ist nicht viel, das passt soweit. Der Rest soll dir eigentlich soweit gut gehen. Zeichen dann die Stützung, Faragon und Antigon brauchen wir nicht, nein, wir machen Duteraner. Teladio, nein, Raumanzug, seit wann funkt mich ein Raumanzug an, okay. Von mir Crit, groß angelegte Offensive. Liefere fünf Kampfschiffe an Venus. Definiere wie, definiere Kampfschiffe bitte mal kurz. Das wird ziemlich interessant zu wissen. Wie will ich mir anzeigen? Eine Fregatte und vier Jäger. Eine Fregatte und vier Jäger. Ich meine, die vier Jäger sind kein Problem. Die müsste ich hier haben, momentan. Okay, ich habe erst zwei. Alles klar, ich habe erst zwei. So, das ist jetzt 50. Das ist immer, dass ich mir und dafür bekomme, oh yeah. Ich glaube, das ist doch, dass wir mir, ne, Familie Critz immer gerade unterwegs. Familie Zinn? Aber die Zinn habe ich doch schon. Hä? Na gut, Zinn ist bereits ausgelöscht. Äh, ich würde es mal sagen. Bin aktiv, das war es nicht, was ich eigentlich wollte. Wollen wir sagen, das war es nicht. Schmucke 50.000, das war es auch nicht, also irgendwie. Ich vergiss es, vergiss es. Gladius. Rauman zu wissen. Ihr wartet, erwartet viele Befehle, wenn ihr lange seid, sowieso schaut. Ähm, ich bin doch da rum. Ähm, bitte aufhören damit, aufhören damit, dankeschön. Dann geht ihr mir einfach mal dorthin. Und wir sagen bitte, dass ihr hier zack zack. Wählt ihr die Gruppe aus. Ihr sollt hier bitte alle Oberfläche Elemente vernichten. Dankeschön. Wissen Sie, wenn ihr da noch ein bisschen rumfliegt, da könnt ihr auch Spaß haben. Ähm, nicht meins momentan, nicht meins. Okay, ansonsten. Dich haben wir auch geschont, dich auch, dich auch. Irgendwelche Versorgungsschiffe momentan, die gerade Probleme machen. Nein, Raumanzüge haben wir jetzt auch bis zum Umfallen. Ähm. Das sind jetzt einzelne Schiffe, die wir haben, oder was? Tatsache, du Tatsache. Ijo. Das, dankeschön, Raumanzug. Ähm. Ich hab nur nichts, um dich irgendwie bestücken zu können. Also, das ist gerade etwas. Etwas sehr, sehr ungünstig, sagen wir es mal so. Erwarte Befehle. Ja, gib mal Ruhe. Gib doch mal allen ein bisschen Ruhe hier. Dann kann ich sagen, was können wir sonst noch machen? Hab ich denn hier noch was? Dann hab ich auch nicht. Dann hab ich auch nicht. Dann hab ich auch nicht mehr. Ja, ich weiß, er wartet alle Befehle. Ihr könnt es gar nicht abwarten, die ganzen Befehle hier quasi zu bekommen. Aber. Erwarte Befehle. Ihr müsst warten. Ihr müsst einfach nur warten. Erwarte Befehle. So, jetzt alle, komm her. Wunderbar. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Theoretisch. Ja, deine Mission geht auch nicht. Okay, was soll's. Egal. Ähm, Spielinformationen. Wir machen Forschung. Das mit dem Getroffenwerden ist ein bisschen, naja. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ja, man brechen mal ab. Das passt. Erwarte Befehle. Das ist mit Antriebstechnik. Man hat ein paar Herausforderungen angelegt, um neue Renntalente zu finden und Investitionen in den Sport zu sichern. Sie können dort, wir können ja mal unter Beweis stellen. Der Preis? Komponenten für Teams, die sie in ihre Rennschiffe einbauen können. Natürlich auch die Sensoren, die wir brauchen. Ich leite sie zu einem der Rennorte. Ein Rennort? Uh, okay. Das ist natürlich was Neues. Ein Rennort ist nie verkehrt. Dahinten? Was ist da hinten? Ähm. Dann einen Moment, dann habe ich was. Wir gehen kurz zu unserem Hauptquartier. T-Boot hier hinzu. Wunderbar. Und dann ist da ein Schiffchen raus. Erwarte Befehle. Die Tokio ist auch soweit fertig. Das gefällt mir doch. Ähm. Warst du jetzt du oder warst du hier? Irgendwo kann ich doch, glaube ich, was rausholen. Schauen wir doch mal. Was? Die Nimcha? Nee, eigentlich nicht. Nein, du warst nicht. Du kommst wieder rein. Tut mir leid, ich wollte... Ja, ich war es dir, ist langweilig. Im Inneren verstauen. Sorry, du willst noch ein bisschen mehr langweilt sein. Dann müssen wir zum großen Hangar hingehen. Hilft dir alles nix an der Stelle. Hilft dir alles nix. Ich würde mich nur noch auswählen. Die Chian. Genau, Chian. Jetzt, ich wollte nur noch. Große Schiffchen. Ich weiß nicht, ob ich mit der Rennen machen kann, aber... Wir probieren sie aus. Bitte, wir probieren das Ganze aus. Komm nach oben. Du gutes Stück, du... Ja. Hahaha. Rabatte freigeschalten. Teladi. Wo handel ich bitte mit Teladi? Das würde ich jetzt auch mal lieben gerne. Aber gut, was soll's? Soviel laufen. Bin ich gar nicht mehr gewohnt, dass das Ganze portieren. Aber was soll's? Ich bin mal klar, dass ich es noch verliere. Auch egal. Hauptsache, wir werden schneller fertig. Cockpit. Auf das die Werft schnellstens kaputt ist. So, Dankeschön. Einmal bitte. Ja, wobei, was kann man das machen? Das ist quasi ein Zeitrennen. Sie brauchen daher ein schnelles Schiff. Na gut, dann halt eben nicht. Ich glaube, du bist nicht schnell genug. Na gut, dann nehmen wir halt doch das etwas schnelleres Schiff, was wir haben. Wenn ihr schon sagt, ich brauche was schnellste, würde der Meter auch sagen. Nein, mit dem wird's leider nichts werden. Da kann ich ja noch so viel verwenden. Das Ding ist zu langsam für die Aktion. Okay. Dann, okay. Rausholen. Oder die Eule muss ich auch mal ausprobieren. Und die tun wir mal reinmachen, weil sonst haben wir das kleinere Problem, dass hier niemand landen kann, wenn jemand landen möchte. So, jetzt da. Das kann ich nicht mehr, was die Eule war. Das ist doch so lange her, dass ich die Schiffe hier verwendet habe. Ah, das warst du hier. Mit Jammer-Funktion und alles drum daneben. Du wirst nicht abgeschossen. Du wirst nicht aus dem Inneren holen. Na komm. Mhm. Ich hätte gerne noch eine Auswahl gehabt, aber ich glaube, ich war zu schnell. Okay. Schon verstanden, ich war zu schnell. Geh wieder rein ins Innere. So, jetzt ins Innere verstauen. Zum Glück haben wir noch ein zweites hier. Da, da können wir auch was rausholen. Ähm, Nimcha war's. So, deine Zeit ist gekommen, Nimcha. Ich bin da, oh wunderbar. Du solltest eigentlich schnell genug sein. Aufklärungsschiff, Jäger, passt soweit. Sogar mit einem Anwesenden, wunderbar. Nimcha. Nimcha, dann sagt man doch einfach mal. Ähm, bitte. Wo sind wir denn zu Hause? Hier, da und da. Nimcha, fliege mir doch mal bitte. Bis da hinten hin. Das Schiff wird bald abdoppeln. Mhm. Ich bin auch hier. Hier steht direkt hinter dir. Das passt. Mach die Tür zu. Ich muss noch einen Knopf drücken. Das Bauteraum. Nee, auch nicht. Okay. Lass los. Lass los hin. Komm, komm. Kollege. Auf was wartest du denn schon wieder? Auf irgendein Signal. Das nicht kommen wird, wenn es soweit geht. Jetzt. Danke schön. Man muss nur lang genug woanders hingucken. So, dann fliege ich doch mal da hin. Währenddessen können wir mal gucken, wie geht es denn da oben gerade weiter. Mhm, mhm. Das schaut alles so gut aus. Kurz ein bisschen logistische Ansicht machen. Um wir noch was sehen können, was abgeschossen wird oder nicht. Ja, kollektiv funktioniert das schon. Da können die alle durchbauen, als gibt es kein Morgen mehr. So, mein Freund. Ich bin einfach nur da, um zu gucken, ob du auch alles richtig machst, Mr. Kenzo Hassan. War ja lange nicht mehr draußen. Das ist jetzt mal vor in Echtzeit eineinhalb Jahren. Spielzeit bestimmt genauso lange. So wie ich mich kann bestimmt genauso lange. Macht aber nichts. Das wird schon alles. So, wir haben Dichter, wir haben Dichter, wir haben Dichter. Wer oder was bestimmt? Du gehörst du zu irgendeiner Flotte? Nein, gehört ja nicht. 17 Stück. Frage, so stellen wir euch den jetzt hin. Zack, zack und zu weisen. Das wäre jetzt ganz so verkehrt, 17 Stück. Wir verlieren so viel die ganze Zeit, das wäre nicht das Schlechteste, würde ich jetzt mal behaupten. Aufklärer T. Ja, das... Ihr seid demnächst auf jeden Fall fertig. Und wir sind da hinten unterwegs. Okay. Dann können wir ja schon mal sagen, äh, bitte... Ich hätte gerne Dicht nach da drüben geschoben. Dann hätte ich schon mal, damit wir das nicht mehr zu tun haben, für die Primus, soll danach das hier angreifen. Und Gruppe Quantus soll quasi als nächstes dann Angriff auf alle Obenfänge, die wir dort machen. Das passt. Dann sollte das theoretisch funktionieren, mit dem auf theoretisch. Alles klar. Lass mich mal dorthin. Silizium Raffinerie Baudrohne Albatross Verteidiger Silizium Baudrohne Leerraum Was muss man da hinten hin? Leer Raum, alles klar. Ich liebe Leerräume. Erwarte Befehle. Tokyo, alles wunderbar, bleib da, wo du bist. Du musst dich erst mal nichts machen. Denkst du mir, ich muss hier ein bisschen was machen. Ja, so ist es verstört. Die habt ihr mich einfach so. Sordle. Wir sind hier. Lass mich ran. Die wurden zerstört, dass noch keiner... Weiter, Rest noch nicht da war, aber jetzt da. Es ist eine Verleihungsstation, das muss man jetzt was so sagen. Siegen zum Startpunkt. Der ist hier. Ich markiere die Endposition für Sie. Sie müssen einfach das Ziel in der vorgegebenen Zeit erreichen. Halten Sie sich bereit. Los! Mhm. Okay, warte, 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 warte. Es war ein bisschen heftig. Discoverer, Verteidigungsdrohne. Leerer Raum. Okay. Kreisegeschwindigkeit. Gucken wir mal. Ab nach da oben. Zack, 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 zack. Genau, wunderbar. Nichts ist egal. Okay. Fliegen nach. Frommer Nebel. Bitte was? Fliegen nach frommer Nebel. Wo ist denn das? Da und dann nach da unten hin. Okay, das kriegt man hin. Dies kriege immer hin. Und Frau Maykrit, alles wunderbar. Das ist wahrscheinlich 12 Radius und noch ein paar mehr. Oh je, oh je. Ja, macht nix. Abseits die Verteidigungsstation wird dann zum Schluss abgeballert werden. Und ich hoffe, wenn wir uns auf einen richtigen Gates... Oh je, oh je. Wir haben die Zeit noch eine Minute zu... Das ist nicht viel. Das ist definitiv nicht viel Zeit. Und ich bin eigentlich schon schnell genug unterwegs. Bin massiv schnell momentan. Okay, ich muss ruhig durch ein Sprungtor durch. Alles klar. Zack, zack, zack. Oh Gott, die Glase über den Hintergrund. Das gibt gerade ein Massaker. Aber es ist für die Terrarien. Es ist für uns. Es ist für uns. Okay, trotz Reiseantrieb sieht es echt schlecht für uns aus. Aber fast 4000 Meter... Das ist viel. Das ist doch viel. Erreiche System, frommer Nebel. Sollte? Leerer Raum. 70. Also wir sind nicht langsam. Also brauche ich noch was schnelleres, oder wie? Ernsthaft? Ich brauche mal einen noch schnelleren Flieger als den da hier. Ihre Zeit ist um. Leider haben Sie es nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft. Sie können es noch einmal versuchen, wenn Sie wollen. Mhm, dann probieren wir nochmal aus. Das probieren wir nochmal aus. Ob ich einfach nur gerade etwas Scheps dran stand, kann natürlich auch recht gut sein. Und ich hätte vielleicht einfach direkt starten sollen. Aber durchstarten, ohne dass es sagt, los. Das wäre vielleicht... Das wäre auch noch was gewesen. Und gleich gucke ich nochmal auf den Radar drauf. Weil Gladius gehen mir doch gerade ein bisschen zu viele kaputt. Ich meine, ich bin bereit zum Opfern. Definitiv. Aber das geht mir ein bisschen zu weit. Uiuiui. Und das Drum, so rum. Okay, gucken wir nochmal. Wie schaut es aus momentan? Teilungsstation. Wie viele haben wir die jetzt bitte verloren von euch? Hat nur 18 Stück. Huh. Das ist nicht viel. Habe ich Sie mal anschauen? Okay, das war definitiv nicht gut. Okay. Wie wäre es mit den Verbliebenen? Die sollen abhauen einfach nur. Quattroos. Zack, zack. Wehe die Gruppe aus. Info. Nope. Zurück, zurück, zurück. Andocken. Haut ab. Haut einfach nur ab. Das ist glaube ich gerade gesünder für euch. Definitiv gesünder. Da würde ich gerade so eine ganze... Ahem. Das war jetzt 50 Flieger. Oh, jajajaja. Direkt nachstocken. Zuweisung. Fünf Stück. Sind bei 18. Passt soweit. Uiuiuiuiui. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich definitiv nicht gerechnet. So, aber. Geschick über die Sicht. Herz, Wasser haben wir auch Probleme. Flüssigkeiten. Okay. Hier im Elektronikkomponenten definitiv auch. Dann braucht man nur ein bisschen was. Oder gibt es hier auch ein bisschen was zu machen. Geschick über die Sicht. Sie zum Erz wie das gleiche. Probieren wir immer das gleiche. Sie zum Erz. Wie schaut es denn da unten aus? Und da da da. Sie zum Erzhammer. Den Reichtumann nicht. Das könnte man nämlich auch Rekombotor existieren zu machen. Aber da habe ich nicht drauf ausgelegt. Dass wir mit dir direkt weitermachen. Ich habe 3000, 3000, 3000, 3000. Eigentlich sollte es hier ohne Probleme mehr funktionieren. Wie schaut es denn hier drüben aus? Bauplan. Du warst heute ganz fertig. Wenn ich das richtig sehe. Okay. Aber die Energiezeiten sind am kommen. Das ist schon mal etwas. Für den Dreier-Dock. Der Rest ist aber am Laufen. Die 4 Silizium. Damit du weitermachen kannst. Okay. Wo ziemlich viele Fracht unterwegs sind. Stell ich gerade fest. 50 Millionen. Könnte ein bisschen besser laufen. Das heißt, du bräuchst dich eigentlich auch noch Sachen. Oh yeah. Was ich mache. Wir haben viel zu wenig Ressourcen an der Backe. Silizium ist eigentlich 93.000. Hier gibt es eigentlich viel. Hier gibt es ziemlich viel. Aber trotzdem reicht es nicht aus. Titan. Methan und Co. Nope. Dann müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Schiff kaufen. Bitte L-Schiffe. Brauchen wir eine Reihenschiffe. Schwere Ausrüstung. Hinzufügen. Bitte mal zwei Stück machen. Dankeschön. Noch mehr Gladius Wes. Warum? Ich habe euch durch abgezogen. Habe ich sogar eine Osaka noch mittendrin verloren. Tatsache. Das ist definitiv. Das ist täuscht, weil sie überhaupt mal hatte ja einen Verlust mittlerweile. Das ist echt unschön. Okay. Wenn wir den besiegt haben danach. Ja. Das ist massivst böse. So kommen wir natürlich nie in den Krieg starten. Die ploppen jetzt noch in der rein. Die waren schon alle tot. Ich kriege immer schon weiter, immer schon weiter. Und zwischendrin eine Osaka. Ja. Kriegen wir alles hin. Das sind die Millionen hergekommen. Genau. Das passt schon. Ich glaube daran, dass wir es irgendwie hinbekommen können. Ich glaube, wie wir noch arbeiten könnten. Ich habe herausgefunden. Es gibt für... Zum Kriegstreiben, theoretisch. Gibt es ein... Oh, ich habe hier... Rapier. Kestrel. Verteidiger. Okay, ich habe keine Ahnung, was du bist, aber... Disco Ketraat Hightech-Fabrik. Werer Raum. Ich lasse einfach mal so, dass du mich nicht angreifst. Das ist alles wunderbar. So. Sertle. Danach müssen wir nach da hinten hin. Das passt. Du hast bestimmt... Schwarmwächter. Schwarmwächter. Nö, 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 nö. Kark. Nö, 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 nö. Vera Kestrel. Verteidiger Vera Raum. Das war mal, zack. Ab nach oben. Ich brauche mich nicht mit Kark's anlegen. Definitiv nicht. Dafür bin ich nicht groß genug. Ja, kommt. Und los geht's. Ich wollte gerade sagen. Ich habe mir gerade versucht, da zu greifen. Diese kleine Hundling. Aber sowas von. Ich habe immer schon mehr Gas geben. Mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas. Komm, 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 komm. Eine Kilometeranzahl ist erschreckend. Aber ich glaube, diesmal schaut es besser aus. Weil ich diesmal nicht erst im Kreis rumfliege oder sonst irgendwas mache. Plus ich habe ein paar Meter Vorsprung. Wir brauchen ein paar Meter. Nicht viel, aber ein paar Meter. Aber ich hoffe jetzt mal, dass die Geschwindigkeit und alles passt soweit. Zeige ich dir, ich schaue es jetzt ein bisschen besser aus. Mit dem auch ein bisschen nicht arg viel, aber etwas. Aber davor haben wir uns, glaube ich, auch nur 6 oder 7 Sekunden gefehlt. Also machbar. Mach mal so die Hälfte der Zeit ist dem nicht rum. Ich glaube, 1,40 war es davor. Jetzt, ja. Okay, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr Angst. Gebe ich zu. Okay, es wird nichts. Wird wahrscheinlich wieder nichts wert. Ich bin schon bei 40. Habe ich mich vorhin schon gehört gehabt. Ich hatte mich wahrscheinlich vorhin auch schon gehört gehabt. Okay, reicht nicht aus. Ich bin nicht schnell. Ich bin nicht schnell genug. Oh, komm, ernsthaft. Spiel. Möchtest du mich jetzt vollkommen verkarkeiern? Wie soll ich denn das jetzt schaffen? Erreiche System, frommer Nebel. So, 20. Und was haben wir? Ah, wobei, unter 100. Das haut hin. Aber selbst dann nicht. 1, 2, 3. Ah, ah. Ganz knapp. Wobei. Nein. Ah. Oh mein Gott, ja. An die Rennleitung geschickt. Sie können sich gleich ihren Preis abholen. Ach, der ist direkt hier. Nee, der ist nicht hier. Das geht jetzt so schnell, oder wie? Zum einen erst mal gucken. Euch geht's gut. Okay, euch geht's gut. Dann kann ich runtergehen. Wir müssen dorthin, dorthin. Alles klar. Das ist ein Highway, den wir reisen werden. Zeichnen da hinzu. Wenn wir was Schönes bekommen, immer doch gerne, immer doch gerne. Ich war schon lange nicht mehr auf diesem Superhighway unterwegs. Ich habe ja auch schon lange nichts mehr hier gemacht. Komm. Komm, 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 komm. Hier ist ein kleiner Miniläßig-Di oben drüber. Okay, ganz schön weit weg. Hab ich noch einen Auto-Plan? Ich glaube, ich habe es sogar noch einen Auto-Plan auch aktiv. Nein, das ist was. Weiter geht's. Weiter geht's. fast richtig gewesen so einmal darüber verliegen und ein bisschen nachjustieren aber sobald mit diesen punkt erreichen es gibt funktioniert ihr habt jetzt mit dabei oh mein gott ja erreiche system anspruch des pontifex erreiche system gesegnete vision ich bin zu weit ich bin knapp zu weit ich war gerade so damit beschäftigt dem funk zuzuhören so jetzt da mit uns wunderbar noch einmal sprich den pontifex an ok ist konnte ich machen wie geht dorthin und raus mit uns so okay habe da so ein paar keine probleme an der bagge stelle ich gerade fest ein paar ist gut gegen was kriegt denn dass man so sie hinten sind pontifex kämpft gegen paar gegen hob also ich den paar um was ist hob h.o.p. heilige orten des pontifex gegen paraniten viel spaß damit jungs viel spaß damit das macht nix ist auch unbekannt go 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 guck mal da runter was was wir da so finden können und noch hinten verschwinden was man nicht alles hier findet wenn man bis herum guckt ich bekomme jetzt was so muss ich doch mal irgendwelche rennen fahren ist mich ein bisschen unschön weil wegen kaisers ich möchte mein zeug ich möchte meine forschung haben und wieder zurück zu meinem schlacht festen gehen außerdem ist nur die qualifikation das könnte ich auch gut sein dass das erst dass das richtige rennen jetzt erst noch auf uns zukommt ich bin für den krieg ausgerüstet ich wurde aufgefordert meine fracht auszuwerfen erwarte befehle äh fliehen sordle moment ist man sogar mal gucken wer bist denn du und wo bist denn du überhaupt das gleiche hier immer bei nagonen nicht schlimm docker an triebwerk verteidiger halte ff wunderbar dankeschön wenig bleibt gefälligst da ich will bei dir andocken darfst du einfach abhauen wenn ich komm sordle jetzt immer zu hause dahin 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 so nach vorne wunderbar sieht es passt und hat luft raus mit uns aufstehen das passt schauen wir doch mal lalalala es muss aber noch kurz gucken nicht dass der hundling sich jetzt denkt der müsste abhauen das wäre nämlich ganz ganz unschön jetzt da andocken und warten genau hier bleibst du auch hier irgendwann das tallüchen aber auch mein gutster ich größe sie ich bin da mal wieder abzuholen hervorragend bitte sehr mhm dankeschön ich größe sie warte mal auf wiedersehen ist das dem sein schiff interessant moment ich größe sie danke vielleicht könnten wir ein kleines geschäft machen jetzt geht's los jetzt kommen wir mit und das schiff kaufen ähm nein auf wiedersehen was bist du denn überhaupt weil für die private kollektion hm ne aber komm was so ist streng geheime alien technologie einkaufen xeno schiffe besorgen hm hm komm eins körper was ist schon danke vielleicht könnten wir ein kleines geschäft machen achso ist schön mit ihnen geschäfte zu machen gehört ist es mir ist es meins kann ich da jetzt rein schau doch mal schau doch mal perso ist verteidiger tatsache ok dann sagen wir jetzt nämlich du bitte so ist so schnell wie möglich zack andocken und warten wunderbar und hier gehe ich jetzt mal rein schauen wir uns doch mal das ding der a terrainstechnik wird natürlich immer noch besser sein aber trotzdem was haben wir denn schiffsinformationen keine leute gerade da ok wie schnell können wir denn reisen überhaupt steht auch nicht dran inventar das ist mein inventar torpedowerfer schrottbatterien interessant ähm ich bitte um abdocken so schauen wir doch mal was haben wir denn waffen aha sekundärwaffen halt das war es nicht das waren flares was oha ja das sind zehn raketen die ich gerade die man quasi abschießen ok passt mal gucken kann ich mich selber auch treffen noch nicht ganz ok irgendwas für die raketischen treffen das passt dann schon wie schnell kann man da fliegen 3000 nochmal was war der andere flieger und der hier ist jetzt der ist schneller der ist immer so viele schneller wenn ich das mal so sagen darf na klar ich wollte doch wissen was das eigentlich ist ich aber was bist du apotheosis bitte was apotheosis also schauen wir uns mal an das sind so vielleicht gucken wir was wir abschießen das ist mir neu und was die ist mir noch relativ lustig aber ich glaube eher weniger ok nähen uns dem gefährden entfernen sie sich aus diesem gebiet oder sie werden vernichtet ähm mhm der will stress mit mir anfangen das merken wir uns das merken wir uns warte ab bis ich mit einer Asgard mal komme Informationen leistungsaktivieren ok das ist das ist was für später schade jetzt wollte ich da quasi noch habe ich mir überlegt könnte ich ja vor stress sorgen aber nein dann halt nicht na gut apotheosis ich werde dich ergoogeln ich werde herausfinden was du bist und was man mit dir anstellen kann und wenn ich das einmal weiß ähm dann werden wir weiter schauen aber sowas von ok einmal ums Eck rum fliegen ui 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 einmal abbremsen und da rumfahre gegen mich absoluten ohne Schutz mein gut so wenn ich wüsste wer du bist würde das Thema natürlich noch ein wenig vereinfachen aber so bist du einfach nur irgendjemand der wie immer noch denkt er wäre wichtig im Leben ok was ist wir fliegen zurück na komm und einmal hier truf wunderbar mhm erreiche system frommer nebel gleich den highway verlassen 3 2 1 so der noch nicht ganz nach diesem punkt so wie es ausschaut ja das ist in ordnung hier rüber fliegen und auf zurück auf zurück in wohlbekanntere hier hab so und so rüber ok aber wie es zurückgeht und was wir noch so machen beim nächsten mal macht es gut und wie immer tschüss alle damit dann wir mit einem im 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017